Die Ausbildungsplatz-Situation in der Region Trier ist so gut wie lange nicht mehr. Mit der Chancenbörse wollen nun die Arbeitsagentur, die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer dafür sorgen, dass kein Jugendlicher in diesem Jahr ohne Leerstelle bleibt. Deshalb wurden 86 Jugendliche in die Handwerkskammer Trier eingeladen. Die Jugendlichen, die im Augenblick noch unversorgt sind, rund 195, bekommen heute hier konkrete Angebote in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und mit der IHK. Wichtig ist die Aktion auch im Hinblick auf die Zukunft. Jedes Jahr kommen weniger Schüler aus den Schulen und schon nächstes Jahr könnten wir die positive Situation haben, dass auf jeden Jugendlichen auch ein Ausbildungsplatz kommt. Das heißt, manche Berufe werden noch größere Probleme haben, die Ausbildungsstellen zu besetzen. Die Jugendlichen werden persönlich von Dreierteams beraten, erhalten individuelle Lösungsvorschläge und Jobangebote. Die Chancen, für Jugendliche auch jetzt noch eine Leerstelle zu ergattern, sind ausgesprochen gut. Im Handwerk sind derzeit noch 100 freie Ausbildungsplätze zu besetzen. Im Bereich von Industrie und Handel sind noch 85 freie Stellen gemeldet.